Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute Start eines neuen Formats und zwar Film News. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, heute hier ein neues Format Film News. Ich weiß noch nicht, ob ich das wöchentlich mache. Das liegt daran, wie das so ankommt. Schreibt mir in den Comments, wie ihr das so findet. Ob ihr die Idee gut findet, ob ihr da was anderes machen wollt oder und so weiter. Es startet aber auch nächste Woche nur eine Umfrage. Da können wir dazu auch noch, ja, was umfragen. Nee, aber würde ich sagen, starten wir. Das ist jetzt nicht so eine richtig extreme News hier. Ich suche mir da ein paar raus in der Woche immer, was mich auch so ein bisschen beschäftigt hat. Wo ich mich vielleicht ein bisschen auch drüber aufrege und reiße diese News nur kurz an und erzähle meine Meinung dazu. Ja, so machen wir das. Und würde ich sagen, fangen wir an. Ja, diese Woche Disney gab es ja eine Menge News, ja, was Disney anging. Ja, wir haben hier ein Streamingportal eigenen, was sie starten wollen Ende 2019. Es gibt eine Star Wars Serie ist in Planung und eine neue Star Wars Trilogie. Also eine ganze Menge News. Fangen wir erstmal an mit dem Streamingdienst. Natürlich wollen sie Ende 2019 einen neuen Streamingdienst starten, wo halt alle ihre Disney-Produkte drauf sind. Ja, wie gesagt, auch alte Zeichenrickserien sollen da sein. Es kommen die ganzen Serien. Ich glaube, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, soll auch Punisher, macht ja die Marvel-Serie, nicht Punisher, Netflix macht die Punisher-Marvel-Serie von Netflix, soll jetzt die letzte wohl sein. Alle anderen weiteren Serien oder Fortsetzungen von anderen Staffeln sollen wohl alle Disney selbst produzieren und wollen sie exklusiv, glaube ich, auf diesen Streaming-Kanal machen. So sind die Gerüchte. Ich weiß noch nicht, ob das alles so hundertprozentig stimmt. Finde ich persönlich eine richtig beschissene Idee. Ich erzähle auch gleich, wieso. Im gleichen Zug haben sie noch Star Wars Serie angekündigt, die natürlich dann auch exklusiv bei diesem Streamingdienst, sie wollen ja natürlich Leute, die das abonnieren haben. Wie gesagt, der Start Ende 2019 ist erstmal nur für Amerika. Ich denke mal, wird aber weltweit bestimmt ähnlich starten. Jedenfalls wollen sie dann halt alles, was von Disney, Marvel, alles, was ihnen gehört, exklusiv nur noch, dass du das da gucken kannst. Also Netflix ist raus, Amazon ist raus und Maxto, was weiß ich, wie sie alle noch heißen. Werdet ihr dann nichts mehr von Disney sehen? Finde ich, wie gesagt, eine richtig blöde Idee, weil, was soll das? Soll ich nachher hier zehn Streaming-Dienste abonnieren? Das ist sozusagen, man hat doch, die Musikindustrie hat doch denselben Fehler gemacht. Im Endeffekt ist es dann so, der Kunde nimmt dann gar keinen Streaming-Dienst mehr. Ich unterstütze sowas nicht, aber man kriegt ja auch alles so im Internet. Sagen wir es mal, sage ich es mal jetzt so. Ich bin jetzt kein Freund davon, aber bevor jetzt jemand sagt, Mensch, hier fünf Streaming-Dienste, ich weiß gar nicht, was da und da ist. Ich will eigentlich nur diese eine Serie gucken. Ich will nur das gucken. Ich brauche diesen ganzen Scheiß nicht und schon bezahlt er nicht mehr dafür, holt sich das so. So sind die Menschen, ist leider so. Darum finde ich, ist das eine blöde Idee. Wieso arbeitet man nicht mit Netflix zum Beispiel weiter zusammen? Macht er einen Extra-Deal oder irgendwas, aber da will Disney wieder ordentlich Kohle haben. Und ja, dann ist das halt so. Ich finde es nicht gut. Ich werde das auch nicht unterstützen. Aber mal gucken, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ja, ich finde es schade. Ihr könnt mir einen Kommentar schreiben, was ihr davon haltet. Also ich finde, es ist einfach eine blöde Idee, sagen wir es mal so. Dann geht es los, die Star Wars. Eine neue Star Wars-Triologie ist geplant von dem Regisseur, der jetzt den achten Teil gedreht hat. Der hat jetzt grünes Licht bekommen für eine extra, ja nochmal extra drei Filme, die aber nichts mit diesen Hauptfiguren zu tun haben. So eine komplett neue Story, komplett neue Welten, also alles komplett, nein, nicht komplett neue Welten, Planeten, Orte, sagen wir es mal so, aber im Star Wars-Universum spielen. Und ja, mal gucken. Man sieht schon, die Kuh wird ordentlich gemolken, aber naja, ich bin da jetzt nicht so negativ zu eingestellt. Mal schauen, was da draus wird. Erstmal haben wir jetzt hier noch den achten und dann kommt noch der neunte. Und mal gucken, das ist ja noch ein paar Jahre hin. Ja, das soll es dann erstmal zu Disney gewesen sein. Kommen wir zum nächsten News. Und zwar Alles Geld der Welt. Ist ja jetzt ein Film, der jetzt ein bisschen in Gespräch ist, durch Kevin Spacey, der dabei ist. Ich wünsche zu Kevin Spacey jetzt diese Gerüchte und was da ist. Und hier will ich nicht kommentieren. Das ist, ja, wir stecken da nicht drin. Wir waren nicht dabei. Wir wissen nicht, was da ist. Ich finde das Ganze hin und her hier, wie das in den Medien da gestalten wird, alles bin ich kein Freund von. Ja, ich sehe diesen Mann in dem Film. Das Schauspieler ist ja gut. Und was der privat macht, ja, das ist jeden sein Ding, ja. Sage ich jetzt mal so. Ja, ich mal als Beispiel nehme ich Tom Cruise. Er ist hier Scientology-Sekte und wie gesagt, er macht trotzdem gute Filme. Und was er privat macht, finde ich jetzt auch nicht gut. Und trotzdem gucke ich seine Filme. Bloß mal so in das Verhältnis zu bringen. Jedenfalls, der Film Alles Geld der Welt ist ja von Ridley Scott, wo Kevin Spacey bei ist. Und da wurde jetzt entschieden, dass er halt, jetzt kurz, der soll, glaube ich, im Dezember in Amerika starten, im Kino, wird Kevin Spacey komplett rausgeschnitten und die ganzen Szenen mit, ich weiß gar nicht, jetzt mit einem anderen Schauspieler neu gedreht. Ja, meine Meinung dazu ist, ja, geht gar nicht. Also ich weiß, ich kann es nicht nachvollziehen. Wie gesagt, er ist immer noch ein guter Schauspieler. Wieso man da jetzt zu so einen drastischen Mitteln greift, ist für mich wirklich übertrieben, wenn ich ganz ehrlich bin. Obwohl er auch in diesem Film kaum zu erkennen ist, so wie er geschminkt ist und als ein Mann dargestellt ist. Aber, ja, finde ich ein bisschen übertrieben. Und, ja, also sowas, ja, was ist eure Meinung? Würde ich gerne wissen dazu. Ja, meine wisst ihr jetzt. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu einer News. Und zwar Dark Universe steht vor dem Aus. Ja, wir wissen, die Mumie war ja der Start des Dark Universe. Und, ja, ich bin ja auch kein Freund von der Mumie gewesen. Fand den Film auch wirklich nicht sehr gelungen. War wirklich nicht gut, meiner Meinung nach. Habe ja auch einen Einzelfilmscheck gemacht. Könnt ihr mal gucken. Und der nächste Film sollte ja Frankensteins Bound sein mit Javier Bardem. Der wurde jetzt verschoben. Ja, wurde erst mal auf Eis gelegt, glaube ich. Der Starttermin ein bisschen nach hinten. Es gibt keinen neuen Starttermin, sagen wir es mal so. Das Ganze soll nicht tot sein. Es sind aber auch die beiden Produzenten, die das Ganze produziert haben, abgesprungen. Und, ja, nun wissen ich, Universal sagt, das Ganze ist nicht vor dem Aus. Sie überdenken das nochmal. Vielleicht ganz gut, dass sie es nochmal überdenken. Aber ich finde, man sollte ihm auf jeden Fall eine zweite Chance geben. Mumie war jetzt wirklich kein guter Film. Aber ich fand die ganze Idee mit hier Frankensteins Braut und was da noch alles kommen sollte, wirklich sehr, sehr gut. Und es wäre schade, wenn das jetzt nicht fortgeführt wird. Sollen sie das vielleicht wirklich alles nochmal überdenken. Aber ich finde wirklich, ich habe da Bock drauf. Ja. Mal gucken, wie der nächste Film wird. Mal sehen, wie Frankensteins Braut geworden wäre. Vielleicht wäre der ja besser gewesen wie die Mumie. Ich finde es schade. Ich würde mich freuen, wenn das auf jeden Fall weitergeht. Was haltet ihr davon? Wie fandet ihr die Mumie? Fandet ihr die Idee gut? Das Dark Universe? Das würde ich gerne mal wissen. Und, ja, dann soll es das gewesen sein. Das waren für mich so die interessantesten News der letzten Woche. Schreibt mir in den Comments, wie ihr diese ganze Sache so seht. Wollt ihr mehr von diesem Format? Ein bisschen mehr News? Ein bisschen mehr zu den News noch erzählt haben? Ja. Würde mich gerne mal interessieren. Das war jetzt mal so ein bisschen der Anfang. Und, ja, dann soll es das gewesen an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.